Die Ballade vom Nachahmungstrieb Es ist schon wahr, nichts wirkt so rasch wie Gift. Der Mensch, und sei er noch so minderjährig, ist, was die Laster dieser Welt betrifft, früh bei der Hand und unerhört gelehrig. Im Februar, ich weiß nicht am wievielten, geschah's auf irgendeines jungen Drängen, daß Kinder, die im Hinterhofe spielten, beschlossen, Naumanns Fritzchen aufzuhängen. Sie kannten aus der Zeitung die Geschichten, in denen Mord vorkommt und Polizei, und sie beschlossen, Naumann hinzurichten, weil er, so sagten sie, ein Räuber sei. Sie steckten seinen Kopf in eine Schlinge. Karl war der Pastor, lamentierte viel und sagte ihm, wenn er zu schreien anfinge, verdirbe er den anderen das Spiel. Fritz Naumann äußerte, ihm sei nicht bange. Die anderen waren ernst und führten ihn. Man warf den Strick über die Teppichstange, und dann begann man, Fritzchen hochzuziehen. Er sträubte sich, es war zu spät, er schwebte. Dann klemmten sie den Strick am Haken ein, Fritz zuckte, weil er noch ein bißchen lebte. Ein kleines Mädchen zwickte ihn am Bein. Er zappelte ganz stumm, und etwas später verkehrte sich das Kinderspiel in Mord. Als das die sieben kleinen Übeltäter erkannten, liefen sie erschrocken fort. Noch wußte niemand von dem armen Kinde. Der Hof lag still, der Himmel war blutrot, Der kleine Naumann schaukelte im Winde. Er merkte nichts davon, denn er war tot. Frau Witwe Zwickler, die vorüber schlurfte, lief auf die Straße und erhob Geschrei, obwohl sie doch dort gar nicht schreien durfte. Und gegen sechs erschien die Polizei. Die Mutter fiel in Ohnmacht vor dem Knaben, und beide wurden rasch ins Haus gebracht. Karl, den man festnahm, sagte kalt, »Wir haben es nur wie die Erwachsenen gemacht.« »Wir haben es nur wie die Erwachsenen gemacht.« Ja, das war die Erwachsenen gemacht.